ich war nach meinem stint die terrasse am kärscher alles gibt also die haare selber geschnitten ja gut aus oder mega so schnell wie du das kfz darum boxiert hast alles set up ja alles gut und du ja das dominik natürlich ein bisschen traurig wir haben wirklich ein super rennen gehabt auto war extrem gut wir haben richtig viel zeit ins setup investiert dass wir auch von gemeinsamen nennen sind alle drei wieder extrem viel vom lauren und vom alex lernt also dahingehend war es wirklich gut aber ja wir haben einfach den den bulletin anhang nicht gekriegt der sagt dass man alle vier räder wechseln muss beim stopp ist irgendwie untergegangen war natürlich keine keine böse absicht von uns glaubt dass man einfach nur mal dass es für alle lernprozesse ist und dass man einfach schauen muss dass alle die informationen am gleichen weg und und zur selben zeit kriegen aber ja es wäre natürlich unsere verantwortung gewesen das bulletin zu lesen das ist nicht passiert und deswegen haben wir den fehler gemacht ja war schon mal donnerstag wie gesagt hast ein tolles rennen mit aller im safara was auch sehr cool organisiert und sehr viel spaß gemacht das zweite rennen schon und jetzt hier auf der nordschleife ich meine ich habe auch auf der nordschleife viel zu lernen von meinen team kollegen die quasi sehr sehr schnell sind und bei mir im qualifiering ist nicht so 100 gelaufen bei der runde nicht wirklich optimal aber wie gesagt ich muss noch im rhythmus kommen hier auf der nordschleife noch viel zu lernen aber im rennen bin ich schon immer besser geworden runde nach runde und würde leider in den ersten paar runden zweimal abgeschossen zweimal gedreht wurde ich und dann waren wir auf einmal auf position 14 oder 13 dann ging es wieder hoch auf 11 und dann meine zweite teamkollegen der nils koch und kk schubert super job gemacht und sind bis hoher vierter platz eigentlich gelandet am ende und durch die unglückliche strafe von philipp und sein team dann sind wir am ende dritter aber für uns wie der anfang gelaufen ist war wäre top 5 schon schon sehr sehr gut auf jeden fall p3 sind wir super zufrieden und waren ja ein cooles rennen viel erfahrung gesammelt und freue mich auf das nächste ja so direkt nach mein stint hatte ich riesen hunger dann habe ich was gegessen und war auch ein bisschen draußen in die luft und parallel aber mit den tablet oder mit den alpater draußen geschaut den stream und dann wieder rein in die letzte stunde und habe mit gefiebert geschaut weil das war schon war schon ist extrem am ende wie die da aufgeholt haben der kai und der nils habe ich dann einmal pc zugeschaut und das war cool bei uns war es ja so dass wir nicht ganz ganz um die vorderen plätze gekämpft haben und ja deswegen sage ich mal war das für mich jetzt nicht so extrem spannend zuzuschauen habe ich die zeit genutzt hier und mit meinen zwei jungs draußen ein bisschen bisschen sauber gemacht ja also wie das eben so ist beim sim racing ich bin ja jetzt auch noch nicht so ein alter hase aber ich bin also erstmal colli war nicht nicht sehr prickelnd er hat generell nicht so viel pace wie im echten rennsport ist auch hier glaube ich das setup wichtig natürlich auch das training da habe ich wenig von gemacht oder bin wenig auf der nordschleife im moment gefahren die letzten tage wochen kann man sagen nur immer mal wieder ein foul end rennen und das fehlt ja auch setup glaube ich haben auch noch luft also auf colli war nicht so toll und die startphase erst mal kurve zwei ist auf einmal stand mein computer mein bild ich habe nur noch so ein komisches geräusch gehört und das hat so drei vier sekunden gedauert auf einmal war ich wieder empfahre ich glaube ich schon fünf flats oder sechs verloren aber immerhin waren wir noch dabei und danach war es super wild der bruno war ja dann auch bei mir in der nähe und ja da haben sich auch das gedreht auf der nordschleife also es war ein paar mal extrem knapp da überhaupt durchzukommen auch ein bisschen glück dann wie eben auf der richtigen strecke auch das ist sehr eng also war ich schon mal froh ohne kratzer zu fahren für uns war es wichtig wirklich zu fahren und keine fehler zu machen ich habe meinen ersten sind heute bin ich weniger gefahren weil ich wie gesagt noch ein bisschen was zu tun hatte und wer auch zu tun und ein ein fahrer von uns der kevin der kevin volk hatte dann ausritt da war noch ein bisschen zeit verloren war das auto ein bisschen deformiert vorne und hinten ja also von daher würde ich sagen wir haben wir haben viel gelernt wieder haben noch viel viel vor uns aber es macht einfach spaß und ist ein schöner zeitvertreib natürlich würde ich mich freuen irgendwann auch wieder im richtigen auto zu sitzen bei mir ist es eben so vielleicht habe ich da bisher noch nicht so die zeit für gefunden dann wirklich viel zu trainieren ich glaube es ist extrem wichtig viel zeit auf dem auto und auch auf dieser speziellen strecke zu verbringen das heißt da kann man sich ja viel lernen auf ich je auf das level komme weiß ich nicht aber ich glaube da ist schon noch luft denke schon dass wir alle auch das gefühl haben aber ist natürlich ein bisschen bisschen was fehlt zum richtigen auto an an feedback und ich denke man kommt sehr nah ran an die jungs aber die sind verdammt verdammt gut und ich glaube das wie eine eigene disziplin am ende und ein paar von denen wären sicher auch gut in einem in einem echten auto gar keine frage und von daher glaube ich ist eine kombination bei uns muss man jetzt fairerweise sagen bei phoenix wir machen das aus spaß bisher und da fehlt hier und da vielleicht noch so ein bisschen die struktur und ich glaube da kommt immer mehr das war wirklich so auch mit richard westbrook wir haben letztes rennen sind wir beide aus dem internet geflogen oder bei mir waren irgendwelche updates ist der computer runtergefahren also so viele sachen die man da jedes mal lernt also basics und wir sortieren uns immer mehr aus und ich glaube jetzt geht es wirklich darum mehr zu testen und auch tatsächlich am setup zu feilen weil da liegen schon krasse unterschiede und was extrem ist bei bei dem spiel jetzt dass die streckentemperaturen wahnsinnig großen einfluss hat und ja auch da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was lernen also man muss ja echt viel zeit investiert vom rennen war es eigentlich gut die jungs haben eine super aufgelagd gemacht sind zwei sieben profis die machen keinen fehler nix und den kann ich noch viel lernt und letztmals immer zwölfte geworden diesmal zehn da also es gibt ja also die jungs das problem im setup ich glaube auch bei mercedes es gibt ein sim setup für die sim jungs das ist einfach mehr am limit und die kriegen irgendwie in der runde zu schaffen fünf sekunden schneller als ich und ich würde gerne das auto ein bisschen einfacher abstimmen und vielleicht ein bisschen langsamer mit denen dann kompromiss einzugehen ist nicht so einfach also vom echten da jetzt was ein zu interpretieren ist jetzt gar nicht so fördern für das ganze ich muss das nehmen was ich krieg bin happy mit der unterstützung wir machen datenauswertung alles also ist richtig professionell aber ich brauche noch zwei drei sekunden muss noch finden dass ich dann auch selber auf jeden fall also es ist wie in echt eigentlich da wird jeder sektor jede rundenzeit jeder spritverbrauch da wird alles analysiert für 1g ist es auch neuland die können glaube ich sogar die tools vom echten 24 stunden oder vln rennen nehmen für uns ist es also ich stehe an ich fahre meine runden fahrt die um die zeit und auch wenn ich mir videos anschaue oder oder daten ist es halt schwer umzusetzen einfach ist nicht so wie im auto ich bremse zwei metern später oder fahr fünf kammer schneller durch und hier eine falsche bewegung und das auto ist kaputt und du hast eine verantwortung über den anderen im training ist es ein bisschen einfacher aber im rennen habe ich noch so ein bisschen problem zu pushen und auf der strecke zu bleiben das ist so dass es geht zurzeit noch nicht ganz aber ich fässer dann 90 prozent statt 100 und ich bin nicht ganz happy aber die auswertung hilft auf jeden fall für jeden und wir können uns ja mit den daten aus vom richtigen auto